Warum bist du hier? Ich stecke in der Klemme. Du weißt Dinge, die du besser nicht wissen solltest. Warum suchen sie eigentlich nach dem Jungen? Ich habe deinen Sohn. Falls ihr mich da an was reingezogen habt, bringe ich es dich um und dann dich. Der gehört zum Allianer-Gäng. Diese Typen sind lebende Tote. Ich finde, wer einen Sohn hat, der sowas tut, muss ein Scheißvater gewesen sein. Wir steuern direkt der Riff zu. Worauf? Auf das Feuer. Sieht wie der Weltuntergang aus. Wo steckt der Junge? Der braucht euch nicht zu kümmern. Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017